Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Ich wurde heute des öfteren gefragt, ey Lu, wie schaffst du es so schnell den Meisterschaftsrang zu leveln? Da bin ich mittlerweile schon auf Rang 20 und bin dabei auf den maximalen Rang zu kommen, der ja Meisterschaftsrang Nummer 30 ist. Der bringt zwar keine Kapazität mehr für Nachfahren und Waffenmodule, da hat man das Maximum auf Level 20 erreicht. Das heißt, euer Ziel sollte auf jeden Fall sein, Stufe 20 zu erreichen, um die maximale Kapazität zu haben für Nachfahrenmodule und Waffenmodule. Aber ja, mein Plan oder mein Langzeitziel ist auf jeden Fall Meisterschaftsrang 30. Und ja, heute will ich euch zeigen, wie ihr am schnellsten auf Meisterschaftsrang Nummer 20 kommt. Da gibt es nämlich eigentlich nur 2 bzw. 3 Quellen, wo ihr richtig doll Meisterschaftsrang herbekommen könnt. Zum einen sind das tatsächlich einfach irgendwelche Missionen, weil jede Mission gibt euch 200 Meisterschaftsrangerfahrung. Das seht ihr hier, da oben rechts, ich werde es einfach ein bisschen groß machen. 200 Meisterschaftsrangerfahrung, gemessen an 229.000, die man braucht. Da könnt ihr euch ja selber ausrechnen, wie lange das dauert, um hier überhaupt irgendwas Zählbares rauszubekommen. Also das fällt auf jeden Fall schon mal flach. Das ist natürlich für den Anfang ganz cool, wo man hier ganz wenig braucht. Aber wenn ihr so ab Level 10 und höher kommt, dann ist das natürlich nicht mehr der Rede wert. Dann ist das nächste, was ihr machen könnt, Charakterleveln. Weil jeder Charakter, den ihr freischaltet, könnt ihr bis Level 40 ziehen. Und jedes Level gibt bis Level 40 Meisterschaftsrangerfahrung. Das ist beim Charakter, wenn ihr ihn von Level 0 bis Level 40 einmal hochzieht, ungefähr 43.000 Erfahrungen. Das bedeutet, jeder einzelne Charakter, den ihr levelt, gibt euch Meisterschaftsrang und damit auch am meisten Erfahrungen für den Meisterschaftsrang. Wie gesagt, 43.000. Jetzt seht ihr hier gerade schon, Meisterschaftsrang Nummer 20 auf 21 braucht schon 230.000. Das wären also über 5 Charakter, die man leveln muss. Da wird wahrscheinlich der ein oder andere Mathe-Spezialist von euch direkt wissen, ey, so viele Charakter gibt es doch gar nicht. Wir haben glaube ich insgesamt gerade 21, nee warte, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Stück haben wir. Und 19 mal 43.000, da kommt man natürlich niemals auf Stufe 30. Und da kommen wir zum letzten und das sind die Waffen. Denn jede Waffe könnt ihr auch hier mit der Leistungsstufe leveln und jedes Leistungsstufe-Level bis Level 40 gibt euch Meisterschaftserfahrung. Ungefähr 20.000, nagelt mich nicht drauf fest, ich habe es nicht genau nachgeprüft, aber ich glaube es sind so um die 20.000. Und Waffen gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr als Nachfahren. Da seht ihr, ich habe hier schon richtig gut vorgelegt. Ich habe hier schon bei der Standard-Munition 9 Stück auf 40, bei der Spezial-Munition habe ich schon 2 Stück auf 40, bei der Einschlag-Munition habe ich auch schon einige auf 40, 5 Stück und Hochleistung habe ich auch schon 7 Stück auf 40. Und so wird mein Ziel sein, alle Waffen, die ihr hier seht, für jede Art von Munition auf Level 40 zu bringen, um dann Stufe 30 erreichen zu können. Ich glaube nicht, dass das reicht, ich denke mal, dass man Level 30 erst erreichen kann, wenn dann die nächsten Charakter rauskommen. Im August bekommt ja Luna ins Spiel und Ultimate Valby und dann im September kriegen wir nochmal neue Charakter mit der nächsten Season und ich denke erst da wird dann auch Stufe 30 machbar sein, wenn überhaupt, wir wissen ja noch nicht, wie hoch die Stufenvoraussetzung ist, zum Beispiel von 25 auf 26, wenn das eine Million ist oder so, dann kann man sich das natürlich komplett abschminken. Aber ja, ich will auf jeden Fall hier schon mal vorbereiten, dass man hier die ganzen Leistungsstufen der ganzen Waffen hoch hat. Und Stufe 20, das seht ihr ja an mir, kriegt ihr easy peasy hin mit, was habe ich hier, 13 Nachfahren jetzt und um den Daumen, was waren das, 40, 50 Waffen auf Stufe 40, schafft ihr Meisterschaftsrang Stufe 20. Und wie gesagt, der ist natürlich wichtig, um die maximale Kapazität für den Nachfahren und auch für die Waffe zu haben. Noch ein kleiner Top-Tipp, wo ihr am besten Erfahrungen sammeln könnt, das habe ich euch gestern im Video schon gezeigt mit dem Valby Run. Das ist auch immer noch, auch wenn der Patch diese Woche kommt, die beste Möglichkeit, um eure Waffen und Charakter zu leveln. Wenn ihr Valby habt, könnt ihr natürlich keinen anderen Charakter leveln, da braucht ihr natürlich entweder einen Freund, der euch levelt oder ihr müsst hoffen, dass hier eine Valby am Start ist, wenn ihr öffentlich spielt. Aber wenn ihr selber Valby spielt, könnt ihr einfach drei Waffen nutzen. Die Hauptwaffe kriegt natürlich, die, die ihr in der Hand habt, kriegt ihr 100% Erfahrung, die ihr bekommt von dem Gegner und die beiden Passive-Waffen kriegen jeweils 20%. Es gibt solche Theorien, dass es was bringt, wenn ihr eine Waffe dreimal ausrüstet, aber meiner Meinung nach ist das für Lephands, weil ihr wollt ja mehrere Waffen leveln als nur eine. Also macht es keinen Unterschied, ob ihr jetzt dreimal die gleiche nehmt oder eine jeweils in jedem Slot. Ihr wollt ja jede Waffe irgendwie auf Level 40 kriegen. Dann ist natürlich noch ganz wichtig, dass das so schnell wie möglich geht und dafür gibt es auf den Komponenten Charakter-EP-Gewinn und Waffen-Leistungssteigerungs-EP-Gewinn. Ich werde euch einfach mal ein Bild einblenden, wo genau aufgeteilt ist, was wo überall drauf sein kann. Ich hatte mal überlegt, das für ein extra Video zu machen, aber hier passt es eigentlich gut rein, gut rein. Da könnt ihr dann ganz genau aufgesplittet sehen, welcher Komponent was auf dem Komponent haben kann. Ist vielleicht zum Farming ganz gut, dass man weiß, ey, da gibt es das und da gibt es das. Das Bild haben wir natürlich auch im Discord und da möchte ich auch mal Werbung machen für unseren Discord hier auf YouTube. Wenn ihr noch eine Community sucht, mit der ihr zusammen spielen könnt, Bosse farmen könnt, leveln farmen könnt, wenn ihr eine Walby braucht oder, oder, oder. Dann kommt auf jeden Fall auf den Discord, den Discord-Link ist unten in der Videobeschreibung drin. Joint da gerne rein, dort sind dann solche Informationen wie dieses Bild oder auch weiteres verlinkt. Ich hoffe, das hilft euch ganz schnell auf Meisterschaftsrang auf 20 zu bekommen. Wenn ihr nicht so The First Ten verpassen wollt, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen, dann würde ich mich sehr freuen. Ein Like auf dem Video und ich sage es zum nächsten Mal, Leute, haut rein.